Das war mit Abstand der anstrengendste Teil des Tages, und ich hab meinen Handschuh verloren. Ohohoho! Is it the usual? Jetzt muss ich aufpassen, hier sind viel zu viele Spiegel. Ich sag euch noch kurz, was es kostet und mein Fazit des heutigen Tages. Und hier ist anscheinend Affenscheiße auf dem Dach. Ab geht's! Hallo! Hallo! Ohohohoho! Ohohohoho! Nice! Hey Leute, es ist Semper am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier gerade im Skinkanz und wie ihr seht, und es ist endlich soweit ich fahre Ski, ich liefere euch das langersegte Snowboard Video. Wir fahren nach Naidalu gerade mit dem Skinkanz und nehmen dann da den Bus nach Shigakoren, das heißt das Skigebiet. Und ich bin sehr gespannt, denn eigentlich ist es viel zu warm. Also ich weiß gar nicht, ob da jetzt überhaupt Schnee liegen wird. Und die andere Frage ist natürlich auch, kann ich überhaupt noch Snowboard fahren? Das ist jetzt natürlich auch schon wieder ein Jahr her. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal an, wie dieses Wochenende wird. Ja, und ich nehme euch mit auf diese kleine Vlog und ich will euch vor allen Dingen zeigen, wie man als Tokio-Mensch übers Wochenende Skifahren kann. Denn das machen viele in Tokio, die fahren Samstagmorgen los, das ist gerade Samstagmorgen, sind dann am Samstag auf der Piste und am Sonntag, und dann geht's Sonntagabend wieder zurück. Und genau das machen wir auch. Und deswegen, ja, viel Spaß! So, wir sind angekommen in Nagano Station. Jetzt geht's gleich mit dem Bus weiter. Das ist zwar ein bisschen frischer hier als in Tokio, aber immer noch relativ, naja, schauen wir mal. Okay. So, wir sitzen im Bus, gerade anderthalb Stunden ungefähr Schinkansen gefahren. Ich bin schön weggepennt, ich hab nur 4,5 Stunden geschlafen. Mussten halt schon den Schinkansen um 7.20 Uhr nehmen. Jetzt sitzen wir im Bus, wir fahren jetzt auch noch mal ungefähr anderthalb Stunden. Und dann kommen wir planmäßig um 10.40 Uhr beim Skigelände an. Das heißt, wir können dann vielleicht noch mal kurz runterrutschen die Piste, und dann gibt's auch schon Mittagessen. Und jetzt geht's noch mal eine Runde weiter pennen. So, ein bisschen im Bus gepennt, natürlich mal wieder. Und jetzt haben wir hier Schnee. Das heißt, Schnee ist schon mal da, das ist gut, da kann man runterrutschen. Und was auch ganz nice ist, es scheint nicht so voll zu sein, was ich ganz angenehm finde. Ist die Frage, ob das mit dem Coronavirus zu tun hat und alle zu Hause bleiben. Aber nicht so voll ist natürlich immer ganz nice. So, wir sind angekommen, gerade aus dem Bus ausgestiegen. Die Sonne scheint, es ist relativ warm, aber es liegt Schnee. Jetzt mal gucken, wo wir unseren Krempel ablegen und dann geht's auch schon bald auf die Piste. Es ist jetzt 10.45 Uhr, ich bin ungefähr um 6.15 Uhr aus dem Haus. Das heißt, so von Tür zu Tür in 4.5 Stunden ist eigentlich ganz nice. Und deswegen geht es halt, dass man so Tokio-Style übers Wochenende einfach Snowboard fährt. Und ja. Wir sind jetzt gerade beim Ski-Rantler. Also die Leute, die sich was ausleihen müssen, leihen sich gerade was aus. Und die haben hier unten, Leute, guckt euch das einfach an. Ein richtig altes Oldschool-Telefon mit Wählscheibe. Wer kennt das noch? Wer weiß, wie das funktioniert? Bin ich alt? Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gesehen habt oder schon mal benutzt habt. Oder ob ihr wisst, wie es funktioniert. Das tut es. Man kann es anscheinend hier im Gebäude benutzen, aber nicht nach außen telefonieren. So, alle sind versorgt mit Ski und Snowboard und so weiter. Und jetzt laufen wir langsam in Richtung Piste. Angenehm. Solange der Schnee nichts nass ist, ist alles okay. Jupp. Jupp, jupp, jupp. So Leute, ihr seht es, wir sitzen auf dem Lift. Es geht hoch. Gleich kommt die erste Abfahrt. Ich bin schon aufgeregt. Kann ich es noch? Wir werden es sehen. Wetter ist nice. Schnee scheint auch ganz gut zu sein. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass es eisig ist. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt bleibt nur noch eins. Nicht auf die Fresse fliegen. Das erste, was du machst, du fliegst auf dich. Wir haben festgestellt, es ist nicht voll. Es ist echt relativ wenig los auf der Piste. Und das ist sehr nice. Denn ich habe es auch schon erlebt, dass es extrem voll ist. André hier war auch letztes Jahr dabei. Wir waren über ein langes Wochenende schiefahren. Also drei Tage, Samstag, Sonntag und Montag, weil Montag ein Feiertag war. Und der Sonntag, halt genau in der Mitte. Da war es so voll. Also vielleicht finde ich noch einen Clip vom letzten Jahr, dann blende ich euch das ein, wie voll das da war. Und hier ist halt echt ein laues Lüftchen dagegen, sozusagen. Das ist extrem nice. Geile Aussicht, Leute. Okay, Leute. Jetzt gibt es keins zurück mehr. Los geht's. Ja, wie geht's? Läuft noch. Senpai lebt. Alles gut. So, geil. Macht richtig Bock. Alles geht noch. Wetter ist nice, sie ist nice. Senpai kann noch einigermaßen. Ein bisschen eisig, aber ist okay. Erste Abfahrt ohne Crash überlebt. Nice, weiter geht's. So, guys, how was the first ride? Yeah, nice. Was nice? Yeah, nice. Can still do it. Much better than I expected. Yeah. Und Abfahrt Nummer zwei. Gleich gibt's Mittagessen. Gleich gibt's Mittagessen. Hallo. 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 How are you? Challiend嗎? Yeah. Goombare. Goombare. So,bracht DayZu Mai, wo du sagtest, dass du dir so gesagt. Yeą. Yaaay! Ich muss sagen, Fazit vor der Mittagszeit. Geil soweit. Ich kann es noch einigermaßen. Bin heil geblieben. Ich bin hier. Wie war es? Ich bin sehr gefährlich. Ich bin sehr gefährlich. Danke. Ich bin sehr gefährlich. Ich bin sehr gefährlich. Alle haben sich hier das Beef Curry gegeben. Mahlzeit. So Leute, lecker gewesen. Jetzt kommt Part 2 nachmittags Snowboard fahren. Und ich bin so müde, weißt du. Nach so wenig Schlaf und dann hier Bewegung und früh aufstehen. Und alles nach dem Essen wird man so müde. Ich bin gerade auf die Schnauze gefallen beim Anlegen des Snowboards. Hat zum Glück keiner gesehen. Das heißt, ich muss jetzt schnell wieder auf die Piste, damit ich wieder wach werde. Schafft Senpai das, feuert mich an. So, Senpai ga nena yoni. GANBARU! GANBARU! GANBARIMAUS! GANBARU! GANBARU! Das ist so. Ich werde die Piste noch über den Schlaf. Aber es ist die Piste, aber es ist auch süß. Es ist zwar voll, aber es ist immer noch weit angenehmer, als es sein kann manchmal. Ich bin auch ein bisschen wach geworden. Das ist einfach so schön, Leute, hier ist es so schön, es ist der Hammer. Weiter geht's, Senpai wacht auf. Jetzt geht es da links runter, da zeigt es nach links ab und da ist es relativ flach, deswegen muss man da den Speed halten, also möglichst mit Speed anfahren und dann den Speed halten, weil sonst bleibt man halt stehen mit dem Snowboard und dann ist es blöd. Senpai gibt alles. Am Gehen! Okay, get up, get up, Leute, get up. Da ist es nicht alles. Wir sind in der Mitte. Wir sind in der Mitte aber auch bei mir, aber wir sind ein Schilder, also wenn man das nicht so gut machen kann. Which way? Okay. Woo-hoo-hoo! Woo-hoo-hoo! So, ich habe keine Ahnung wo ich bin und wer wo ist. Genial, im Eifer des Gefechts war ich so konzentriert darauf runterzufahren, dass ich mich gar nicht so richtig gecheckt habe, als die Gondle auf einmal da war und jetzt bin ich ein Stück zu weit runtergerutscht und ich sehe da unten keinen Lift mehr, deswegen laufe ich jetzt zurück und ich habe meinen Handschuh verloren, was ist hier los? Deswegen benutzt man normalerweise Skilifte, denn hoch zu laufen macht echt keinen Bock. Aber da ist die Gondola soweit, ist nicht nur ein bisschen steil. Gambarima Senpai strengt sich an. Das war mit Abstand der anstrengendste Teil des Tages. Ich bin völlig aus der Puste und ihr seht es hier, bei jedem Schritt bin ich entweder eingesunken oder weggerutscht oder beides. Was geschieht, erstmal kurz Pause machen. So Leute, ich habe den Aufstieg überlebt, aber ich habe Durst, deswegen gibt es jetzt erstmal hier, was zu laufen. Ich fühle mich besser. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist normal. Chii-chan, wie geht es? Nein, das ist das. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Er meint unser Snowboard. Unser Snowboards guck nicht oben raus, weil wir sonst nicht hier reinpassen. Es geht nicht. kanna. Oho. Hallo. 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 Senpais letzter Sturz. Senpai gibt alles. Leute, es ist einfach so schön. Das war's. Das war nice, schön runter, danke an André fürs Filmen, eine letzte Abfahrt kriegen wir nach hinten. Also noch mal auf den Lift. Jo André, vielen Dank fürs Filmen. Ansonsten würde ich sagen, letzte Abfahrt am heutigen Tag. Danach gibt's erstmal Pause, die kann ich auch gebrauchen. Und heute Abend gibt's vielleicht nochmal einen Naita. Letzte Abfahrt für den heutigen Tag. Wir haben vier Uhr durch, die Lifte schließen gleich, ab geht's. Feierabend. So Leute, wir sind gerade eingecheckt in unser Zimmer. Hier für vier Leute. Und ich glaube, der André hat gerade was Geiles entdeckt. Vorsicht, Affen könnten erscheinen. Seid bedacht, macht das Fenster zu. Und hier ist anscheinend... Ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber da ist tatsächlich Affenscheiße auf dem Dach. Ja, willkommen in Nagano, hier gibt's Affen. So, Dark Senpai hier am Start. Ich sag's euch Leute, im Dunkeln ist gut munkeln. Ich hab mich gerade ein bisschen ausgeschlafen im Hotel. Und jetzt geht's mir wieder gut. Und wir sind jetzt unterwegs zum Nightski. Es gibt den sogenannten Naita, da kann man nochmal abends, also nachts im Dunkeln auf die Piste. Ist natürlich nicht alles offen wie tagsüber, aber es gibt ein paar ausgewählte Pisten, die man dann befahren kann. Und das gönnen wir uns jetzt. Und danach wird gegessen und gesoffen. Ich freu mich schon. Also jetzt noch einmal sportlich betätigen. Es ist Nacht. Leute, es ist dunkel. Es ist kein Mensch hier. Es kann sein, dass wir noch einen Moment warten müssen, bis wir auf die Piste können. Die Kollegen kaufen gerade da drüben. Für uns das Nightski-Ticket. Also man braucht ein extra Lift-Ticket nochmal, damit man nachts runter kann. Kannst du kaufen? Ja. Okay, es gibt irgendwie die Möglichkeit, das Naita-Lift-Ticket günstiger zu bekommen, wenn man irgendwie das erst im Hotel kauft oder so ein Wisch, so ein Coupon im Hotel kauft. Aber irgendwie heute morgen, als wir im Hotel den normalen Liftpost gekauft haben, dann hieß es ja, nein, da gibt's nicht, können sie direkt auf der Piste kaufen. Also sind jetzt ein bisschen verwirrt, aber die beiden gehen jetzt zurück ins Hotel netterweise und checken das mal ab für uns und wir warten einfach hier ein bisschen, haben wir noch Zeit. So, die beiden sind zurück. Wir haben das Liftticket, allerdings haben wir keinen Rabatt jetzt vom Hotel herbekommen. Das gibt's nur wochentags. Das heißt, sie sind eigentlich umsonst gelaufen, was sehr schade ist. Aber vielen Dank für deren Einsatz und jetzt haben wir ihn einfach für den Normalpreis des Lifttickets. Und ja, ab geht's! Ja, waza waza hotelまで arruiten. Arigatou! Ja, no, da ist es noch nicht drauf, das ist noch nicht zu verdienen. Ja, ja, so war ich nicht. Ja, so war ich, das ist noch nicht zu verdienen. Ja, ich weiß nicht, das ist noch nicht verdient. Ich weiß, dass allesияkt, dass man Countdown umOST introductions kann. und ich weiß, dass ich heute noch nicht kennt bastzen kann. Ja, das stimmt, ich weiß nicht. Ja, das stimmt, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, dass ich noch nicht soße тundere war. Es scheint übrigens nur der Lift sich zu bewegen, auf dem wir gerade sitzen, also alle anderen Lifte nebendran und in Umgebung stehen still. Aber ja, ich meine, hier ist echt wenig los, das heißt es wird auch auf dem einen Liften sehr cool. Ich bin mal gespannt, wie der Schnee jetzt ist, denn nachts ist ja kälter als draußen, also es ist definitiv frischer geworden jetzt natürlich so ohne die Sonne und erfahrungsgemäß ist nachts häufig auf der Schnee ein bisschen härter und eisiger. Da schauen wir mal gleich, wie das wird. Okay, ich bin bereit, los geht's! Ich bin bereit, los geht's! Geil, geht ab, Leute! Joa, ich muss sagen, ja geil, also der Schnee ist definitiv härter. Man hört es vielleicht im Video, ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Es ist schon relativ hart, aber dadurch, dass halt so wenig los ist, geht es sehr gut und mein Board ist halt auch frisch gewachsen. Ich hatte es gewachsen, nachdem die letzte Saison vorbei war. Das heißt, es ist ganz frisch noch und rutscht super und deswegen geht es richtig geil. Das war definitiv mehr. Was zur Hölle? Der André ist eben Bäm an mir vorbeigepest und ihr habt gesehen, also wenn die App stimmt, waren es angeblich 86 kmh. Mal gucken, ob wir das gleich auf die Kamera kriegen. Wir versuchen es! Und André, wie schnell warst du? Ja, schauen wir mal! Dann jetzt rechnen wir noch rein, dass die Erdbeeren Messfehler hat, also es sind Hunderts, lass mal durchgehen. Gut gemacht, jetzt können wir ins Hotel und können essen gehen. Jo Leute, es ist gerade so gut wie niemand hier im Bad, außer mein Kumpel und mir. Deswegen nehme ich euch einfach mal mit hier in so ein japanisches Bad. Also wir sind hier im Eingangsbereich und hier macht man sich erstmal nackig. Also komplett nackig. Das heißt, man tut sein Krams in so einen Korb rein und dann jetzt, jetzt muss ich aufpassen, hier sind viel zu viele Spiegel. Wenn man den Krams in den Korb getan hat, dann geht es halt da durch die Tür ins eigentliche Bad. Dann nehme ich euch jetzt mal mit hin. So. Gehen wir hier rein. Und jetzt sind wir hier im Bad, wo keiner da ist. Da setzt man sich dann erst hier so hin, rechtlich sauber, damit man bloß seinen ganzen Dreck mit ins Bad nimmt. Und dann, nachdem man sich da schön mit Shampoo und Seife sauber gewaschen hat, dann geht man da ins Bad rein. Wuhu. Und das war jetzt auch. Eigentlich soll man das nicht irgendwas mit ins Bad reinnehmen, aber heute gönne ich mir. Ist ganz schön warm, Leute. Ist ganz schön warm, das Wasser. Und ja, die Idee bei so einem japanischen Bad ist halt, dass das Wasser natürlich geteilt ist. Alle benutzen das gleiche Wasser. Und deswegen möchte man natürlich seinen Dreck mit reinnehmen. Deswegen trägt man noch keine Badehose oder so. Man geht halt wirklich nackt rein und wäscht sich vorher sauber, damit das hier alles sauber bleibt. So, Leute. Ich bin frisch gewaschen. Jetzt geht's endlich zum Essen. Wir haben schon... Lass mal kurz auf die Uhr gucken. Es ist 21.45 Uhr. Und Leute, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich glaube, dieses Video ist schon lang genug. Deswegen vielen Dank, wenn ihr es bis hierher durchgehalten habt. Ihr seid die Besten. Ich sag euch noch kurz, was es kostet und mein Fazit des heutigen Tages. Und dann beende ich das Video. Es wird jetzt auch übrigens sehr dunkel. Ich hoffe, ihr seht noch was. Zu den Kosten. Wir haben jetzt gezahlt. Ich sag's euch einfach in Yen. Boah, der Sternenhimmel ist so schön. Also es hat gekostet ungefähr 25.000 Yen. Und ich blende es euch in Euro ein. 25.000 Yen für Unterkunft und Fahrt pro Person. Also mit Shinkansen und Zug. Und dann das Hotel. Dazu kommen dann noch 10.000 Yen für das Lift-Ticket für zwei Tage für die Piste. Dann haben wir noch extra gezahlt. Ich glaube 2.300 Yen für das Night-Ticket, für das Night-Ski. Das ist nochmal extra. Und damit ja nähern wir uns so langsam der 40.000 Yen. Ich blende euch das alles genau in Zahlen und in Euro ein. Und da kommt dann natürlich noch hinzu, was ihr zum Essen ausgibt. Also irgendwie 1.000 bis 2.000 Yen Mittagessen. Dann nehmen wir nochmal 2.000 bis 3.000 Yen fürs Abendessen oder so. Damit könnt ihr so ungefähr rechnen, wie viel es dann wird, je nachdem wie viel ihr ausgibt. Das heißt, es wird dann so wahrscheinlich um die 45.000 Yen plus minus. Ansonsten Fazit, ja geil. Also ich fand's heute ultra geil. Ich geh mal hier so ein bisschen ins Licht. Es war echt geil. Es ist nicht zu viel los. Es ist nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm. Das Wetter war eigentlich ziemlich gut. Ich hatte ja ein bisschen Schiss, dass es irgendwie zu warm wird und dass der Schnee irgendwie zu matschig oder zu eisig ist. Der Schnee war zwar ein bisschen hart, aber war sehr nice. Also echt beste Kondition, klar Sicht, freie Sicht. Man hat alles gesehen. Und auch ich bin sehr zufrieden mit mir selbst und meiner Leistung, weil ich habe immer so ein bisschen Schiss so nach einem Jahr, ob ich denn jetzt wieder reinkomme, ob das alles gut funktioniert. Aber das war eigentlich gar kein Ding. Und ich habe gemerkt, ich bin relativ sicher und relativ stabil und relativ flott unterwegs. Das hat extrem Spaß gemacht. Ja und so ist halt eben ein Wochenende, zwei Tage Skifahren quasi für Tokio Leute. Das heißt, heute Morgen sind wir wie gesagt angekommen. Morgen gibt es dann nochmal das gleiche Programm mehr oder weniger. Und dann, ich glaube, um vier Uhr fährt so unser Bus ab. Da geht es dann halt wieder zurück Richtung Nagano Station und dann fahren wir mit dem Shinkansen wieder zurück nach Tokio. Deswegen, ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wie sind eure Shifa-Erfahrungen in Japan? Wart ihr schon mal in Japan zum Shifa? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen austauschen, was ihr so für Tipps habt. Und ansonsten, ja, Like mal aber nie nicht vergessen. Wir haben einen Amazon Affiliate Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr darüber, was ihr auf Amazon kauft. Für euch ändert sich der Preis um keinen Cent und ihr unterstützt uns damit. Ansonsten, so, ich habe jetzt echt zu viel geredet und ich habe Hunger. Also vielen Dank, ihr seid die Besten, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal. Peace! So, meine Kollegen sind gerade hier schon in die Bahn rein. Ah, in die Bahn. Meine Kollegen sind gerade hier schon in die Bar rein. Und Senpai geht jetzt hinterher. Sesam öffne ich. Kampai! Kampai! Baut Escape!